Es war sehr lustig, es war nicht anstrengend und es war Spaß. Dass wir es live getrackt haben, das war eine ziemlich coole Erfahrung. Und es war richtig, richtig cool. Für mich war es einfach wichtig, dass wir, nachdem wir das Album nicht aufnehmen können, jetzt nicht einfach nichts machen. Die Konzerte sind angegangen, insofern hat sich das ja angeboten, etwas anderes entstehen zu lassen. Dann gab es üblicherweise diese zwei Nummern. Und ja, jetzt gibt es die Platte. Für mich war es cool, weil ich bin im Prinzip erst krustig, dann kam da angestiegen und dann war sofort der Lockdown da. Und dann haben wir das Reste jetzt mit Proben anfangen können, und das Album, die Leipzig-Zeit, das dann wieder nicht gegeben hat. Und dann haben wir relativ kurzmäßige Songs geschrieben für den P. Und wenn wir die Probe erst zu kurz zusammen spielen, dann funktioniert das super gut und es sind nicht zu eigener Dynamik. Und das war im Prinzip alles cool, das ist sehr schön. Und dadurch, dass wir die Songs zusammen in einem Raum live eingespielt haben, hat das Ganze in Dynamik gekommen und das hört man. Ja, eigentlich war das ja alles ganz anders getan. Eigentlich war das ja alles ganz anders getan. Und wir sind eigentlich ein bisschen zusammengekommen, und wir sind ein bisschen Lockdown gekommen. Und dann sind eben super schnell diese zwei Nummern entstanden. Und das großartig war. Ich bin uns ewig an der Tausendung und ewig an der Kopf. Und plötzlich kommen dann diese Planuren und wir haben uns ziemlich schnell eigentlich zusammengehabt. Ich habe zum Whisky trinken angefangen, da waren die anderen noch beim Arbeiten. Aber ich war nicht der einzige, der Whisky getrunken hat. Also arbeiten Sie mit Profis oder nicht? Was ist es? ... I don't need them anymore And other than my arms dressed They set my demons away Every day these numbers change Those things you don't seem to matter These things